Schön, dass Sie sich hier eingefunden haben. Wir wollen uns zu dritt kurz unterhalten über das Thema Cloud, heiter oder wolkig. Vorweg möchten wir uns ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Jochen Luckhaus, ich bin von der iQuadrat AG und wir sind Anbieter eines Cloud-basierten Wissensmanagementsystems. Ja, ebenfalls guten Tag, von meiner Seite ebenfalls und mein Name ist Jörg Aufhard, ich komme von Navarto und bin Vertriebsleiter für das Thema Dokumentenmanagement als Dienstleistung und ja, dann werde ich auch mal gucken, ob es heiter oder wolkig wird heute. Ja, mein Name ist Gerhard Neikes, ich vertrete die Develop Business Services, wir machen das Cloud-Portal FoxDocs und wir sind natürlich eindeutig für heiter. Bevor wir uns jetzt über heiter und wolkig unterhalten können, müssen wir ganz kurz noch ein klein bisschen festhalten, was heißt denn eigentlich Cloud? Denn da gibt es natürlich verschiedene Ausprägungen. Über welche Cloud wollen wir heute hier sprechen? Ja, wenn ich das immer so betrachte, man redet ja von einer Private Cloud und von der öffentlichen Cloud. Da muss ich mal sagen, so Private Cloud klingt immer so super toll, aber das ist eigentlich nichts anderes als das, was wir schon jahrelang eigentlich machen in unseren Rechenzentren, für andere Firmen eben das Hosting vorzunehmen und im Prinzip ist das nichts anderes. Also würde ich den Fokus auf jeden Fall auf der öffentlichen Cloud sehen und dass man da doch mal drüber nachdenkt, ob da mit der Datensicherheit und diese ganze Problematik ernst genommen wird bei uns oder auch in anderen Ländern ernst genommen wird und wie man damit am besten umgeht. Herr Neckes, sind Sie auch der Meinung, dass wir jetzt komplett über die Public Cloud sprechen werden? Im Wesentlichen ist das, wenn der Anwender draußen von Cloud spricht, dann meint er die Public Cloud. Das, wo wir halt heute unsere Sachen hier auf dem iPad irgendwo in der Cloud lassen. Wir haben sicherlich dort Grenzen zwischen Public Cloud und Private Cloud. Das, was wir heute als Private Cloud hatten, wo große Anbieter große Systeme hosten und das nennt man heute Cloud. Es gibt durchaus aber heute auch den mittelständischen Unternehmer, der sagt, ich will eigentlich gar nicht mehr meine Rechner zu Hause bedienen. Wir sind jetzt alle schon etwa ein Alter. Ich bin jetzt 25 Jahre mit Computern unterwegs. Ich persönlich habe eigentlich gar keine Lust mehr auf Computer. Das muss einfach irgendwie funktionieren, wie so ein Tablett in der Hand. Und da gibt es sicherlich auch die eine oder andere Firma, die sagt, ich will eigentlich gar keine Serverschränke mehr hosten, sondern ich will möglicherweise das irgendwo bei anderen Leuten machen. Ja, aber das ist ein schönes Stichwort. Wenn ich meine Daten bei anderen Leuten ablege, also in der Cloud ablege, wie ist denn damit um die Sicherheit bestellt? Insgesamt gibt es sowas ja schon länger. Trotzdem haben wir so ein bisschen das Gefühl, dass die Akzeptanz auch in den letzten zwei Jahren nicht deutlich größer geworden ist, oder? Also viele von unseren Kunden wollen von der öffentlichen Cloud eher weniger wissen. Die haben da eben auch ihre sehr, sehr starken Bedenken. Und ich habe hier mal ein paar, oder ja gesagt, den Zeitungsartikel vom Handelsblatt vom letzten Freitag nochmal rausgepackt, wo in Finien der Herr, wie hieß er jetzt, der Herr Ploss ja im Interview gesagt hat, wir punkten mit Datensicherheit hier in Deutschland. Auf der gleichen Seite, komischerweise gleich unten drunter steht, IT-Förderung, der Kampf um die richtige Strategie. Einige deutsche Mitglieder des Bitkom-Verbandes verlangen klare Aussagen beim Thema Datensicherheit, wo man auch dort wieder merkt, dass es insbesondere die deutschen Unternehmen sind, die auf Datensicherheit hier sehr großen Wert legen. Die internationalen Konzerne da ein bisschen, ich will es jetzt mal so formulieren, ein bisschen vorsichtiger mit diesen Äußerungen sind. Und das ist ja auch gerade die aktuelle Diskussion, von der wir ja nun außer Presse reichlich erfahren haben. Was ich, oder was mir sehr wichtig ist, ist einfach, wir punkten mit Datensicherheit, wird ja gerne hier in Deutschland festgestellt. Trotzdem, meine Kunden, es sind sehr viele davon immer noch überzeugt, dass die öffentliche Cloud nichts für sie ist. Ich denke, dass hier auch vielleicht ein Fehler gemacht wird, dass von den Hersteller oder von Herstellerseite dieses Fund, mit dem wir vielleicht hier zumindest in Deutschland eher ein bisschen wuchern können, dass da einfach überhaupt nicht das nach vorne gebracht wird, marketingtechnisch aufbereitet wird. Denn ich glaube, wenn überhaupt mit der öffentlichen Cloud, dann können wir hiermit richtig punkten. Aber vielleicht gebe ich gleich weiter an meinen Kollegen hier. Ja, ich wollte noch ganz kurz erwähnen, die Develop hat ja ein interessantes Angebot, was sich auch an Privatkunden richtet, selbstverständlich auch an Unternehmen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch unterschiedliche Handhabungen dieses sensiblen Themas gibt. Ja, wo wir halt vor allen Dingen antreten, ist das Unverantwortliche bescheuert sein, was heute Leute an den Tag legen heute. Wenn Sie heute durch eine Klinik durchgehen und fragen, welcher Arzt seine Dokumente wie über Dropbox teilt und der sich überhaupt keine Gedanken darüber macht, was er da gerade tut, da müssen wir halt antreten, müssen sagen, es gibt halt Alternativen in Deutschland, wo man halt auch in Deutschland mit einem ordentlichen Sicherheits, mit einem ordentlichen Standard, im Zweifel auch mit einem ordentlichen Gerichtsstand in Deutschland Cloud betreiben kann. Wenn ich gerade lese, Dropbox ändert seine AGBs, damit man sie eigentlich nicht mehr verklagen kann, würde ich da meine Daten nicht mehr ablegen. Wir sind mit Foxtox einen Weg gegangen, eine Brücke zu bilden von dem klassischen ECM hin zu einer Ablage in der Cloud, sodass ich auf meinem Tablett für alle Leute, auch für meine Endkunden oder auch meine Small-Business-Medium-Kunden Dokumente bereitstellen kann, aber halt auch Alternativen bilden kann, den Leuten, die halt heute sowas Amerikanisches benutzen. Ist denn tatsächlich das Schutzbedürfnis oder das Gefühl dafür, was man erreichen kann, bei kleineren oder sogar Privatleuten anders ausgeprägt als bei größeren Kunden? Es ist erstaunlich. Ich würde gar nicht mal so wahren, sich weit gehen und privat und die Unternehmen so davon trennen. Wenn ich Diskussionen habe mit den Kunden, dann gehen die genauso unvorsichtig mit ihren privaten Daten um. Da interessiert die das nicht, was sie bei Xing hochladen, was sie bei Facebook oder sonst wo hochladen. Aber in der Diskussion mit mir, in der Besprechung, wenn es um das Unternehmen geht, eine völlig unterschiedliche Haltung einnehmen, was wirklich schon quasi bei manchen Leuten an eine Schizophrenie ändern lässt. Also es ist erstaunlich, wie zweigeteilt diese Themen wirklich auch behandelt werden. Also das stelle ich immer mehr auch dabei fest. Ist denn die Tendenz in dieser Richtung in den letzten zwei Jahren unverändert? Oder wird es langsam so, dass wir mit dem Standort Deutschland und der doch relativ hohen Datensicherheit in Deutschland punkten können? Oder kommt das noch nicht an? Also wir bekommen durchaus positives Feedback von unseren Kunden, die sagen, wir müssen was anderes tun. Gerade wenn wir dieses Dilemma mit den Cloud-Anbietern, die halt ohne großartige Hürden auf ein Unternehmen reinwachsen, daherkommen und sagen, wir können das auch in Deutschland tun. Können wir damit punkten? In dem Bitkom ECM Cloud Guide, den sie herausgegeben haben, wird ja gerade auch symbolisiert, nochmal dargelegt, dass ja dieses Cloud-Anbieter auf einmal unter Umgehungen gesamtlicher IT, Rechtsexperten, sonstigen, auf einmal Fachabteilungen anfangen, irgendwas in der Cloud zu tun und keiner nachfragt. Und da müssen wir halt auch Angebote liefern können, zu sagen, du kannst deinen fachlichen Bedarf mit möglicherweise externen, die nicht in deinem AD drinstehen, sondern in deinem CCM drinstehen, mit vielen Leuten kann ich kommunizieren und das halt mit Tools, die halt in Deutschland sicher sind. Gibt es denn schon große Kunden, die auf die Cloud gesetzt haben? Ist das ein Thema, wo auch inzwischen der größere Mittelstand angekommen ist oder ist es wirklich so, dass die meisten Kunden, die so ein System einsetzen, im Moment noch den Server lieber zu Hause stehen haben? Also wenn ich das mit meinen Kunden so betrachte und den Gesprächen, die ich dort führe, dann wird das eher, wie gesagt, auch verneint. Das war ja auch meine Haltung hierbei. Private Cloud, ja, das ist alles kein Thema. Öffentliche Cloud eher, nein. Und das ist immer noch sehr, sehr ablehnend. Und Sie sagten gerade so schön was von den Produkten, die Sie da versuchen zu gestalten. Ich bin mir ziemlich sicher, ohne jetzt komplett alle Produkte zu kennen über die Hersteller, dass Produkte da sind, die da auch sicher sind. Aber ich bezweifle immer noch, dass dieses Thema, oder was heißt bezweifle? Ich glaube, dass dieses Thema einfach nicht vernünftig, richtig in den Köpfen der Unternehmen einprägsam da vorhanden ist, dass das funktioniert, dass Datensicherheit hier in Deutschland eigentlich gut gemacht wird. Wir haben das BSI, wir haben diese Rechtlinien, die dort rauskommen. Wir haben ja auch den Bitkom, der noch vieles da macht. Aber trotzdem, das kommt einfach beim Kunden nicht an. Und da finde ich einfach das Traurige, dass die Hersteller da zu wenig in die Richtung machen. So sehe ich es halt. Das heißt, wir müssten anstatt Produkte zu bewerben, vielleicht erst mal gemeinsam stärker noch mal den Standort bewerben und die doch hohe Datensicherheit? Ja, und spielt da die ganze Debatte im Moment sicherlich in die Karten hinein. Gerade war noch mal wieder jemand, ja, aber wir haben doch in Europa einen Server in Irland. Wenn Sie gestern die Nachrichten gesehen haben, selbst in den Tagesthemen kommt heute schon noch mal die Diskussion, ob wir E-Mail in Deutschland belassen oder so. Ist jetzt irgendwie auch keine Lösung, aber wir müssen in Deutschland mit unseren eigenen Methoden, mit unseren eigenen Ansprüchen halt auch ankommen und sagen, wie man es richtig macht. Vielleicht muss man auch Möglichkeiten schaffen, die verschiedenen Daten wirklich an bestimmten Orten vorhalten zu können. Es gibt ja sicherlich eine Menge an Daten, die auch bei uns im Unternehmen weniger wichtig sind. Aber es gibt sicherlich auch eine ganze Reihe von Kerndaten. Und da wäre mir schon sehr wichtig zu wissen, unter welcher Gerichtsbarkeit diese Daten denn tatsächlich liegen. Ja, man sieht ja schon deutlich, wir reden ja hier eigentlich bei der Datensicherheit von EU-Recht. Und auch da sieht man wieder deutlich, wie unterschiedlich das in den Ländern ausgeprägt ist. Wie gesagt, Deutschland ganz vorne dran, aber Irland als Beispiel oder auch andere Länder, die haben schon wieder ganz andere Vorstellungen von Datenschutz und Datensicherheit. Also sieht man ja schon, obwohl gleiche Richtlinien da sind, unterschiedliche Auslegungen in den einzelnen Ländern. Und nochmals kann ich nur sagen, da muss Deutschland einfach sich nach vorne stellen und sagen, hey, da haben wir eine Möglichkeit, wirklich mit diesem Fund noch mehr zu wuchern. Also Standort halte ich für sehr wichtig. Wir gehen immer damit raus und sagen auch ganz klar, also unsere Rechner, wir haben weltweit natürlich Rechenzentren, aber unsere Rechenzentren für besonders kritische Kunden, die sind in Deutschland und sonst nirgendwo anders. Wir haben auch keine Redundanz ins Ausland oder irgendetwas. Nein, wir sagen dann ganz klar, dieses Konzept sieht es vor, dass es in Deutschland bleibt. Und redundant nur in Deutschland dann und nicht mit einem globalen Netz. Das ist einfach das, was wir machen müssen. Und das muss einfach in den Köpfen, denke ich, der Unternehmen drin sein. Dann haben es die Hersteller auch sicherlich einfacher dabei. Ja, ich glaube, damit sind wir schon fast, kommen wir fast zum Ende. Die Frage wäre natürlich, ob Sie irgendwelche Fragen an uns haben oder ob wir jeder von uns noch einmal ein kurzes Schlussstatement abgeben wollen. Ich weiß nicht, haben Sie Fragen an uns, an die Leute, die hier mit Cloud-Software, als Cloud-Software-Anbieter sitzen, die etwas für Sie tun können? Ja, bitte. Ja, ich wiederhole mal ganz kurz. Ihnen geht die Diskussion zu sehr in die Technik und Ihnen fehlen konkrete Anwendungsbeispiele. Ah, jetzt haben wir ein Mikrofon dazu. Prima. Ja, also, was ich dazu sagen kann, aus unserem Unternehmen heraus, wir bieten ein Wissensmanagement-System an, dass wir selbst bei einem deutschen Anbieter hosten und dass wir über den Business Marketplace der Telekom, die als relativ sicherer Cloud-Anbieter mit dem Rechenzentrum in Berlin dient, anbieten. Und die meisten Leute fragen nicht danach, welche dieser beiden Standorte nun für Sie interessant sind. Das heißt, die Leute, mit denen wir ins Gespräch kommen, die haben Vorbehalte vor der Speicherung in der Cloud und versuchen aber nicht unbedingt, diese Vorbehalte aufzulösen. Oder man kommt schwer in die Diskussion mit Ihnen über so ein Thema. Was können wir denn tatsächlich tun, um die Situation zu verbessern? Vielleicht auch nochmal zu dem USP. Wir warten auch gerne einen ganz kleinen Moment. Okay, dann mache ich weiter. Bei den USPs. Der USP ist für die private Cloud, bei uns zumindest, ganz deutlich, dass sie sicher gehen können durch die verschiedenen Zertifikate, die wir natürlich haben, dass der Kunde sicher ist, dass seine Daten nirgendwo anders hingehen. Das ist einfach die wichtigste Botschaft dabei. Also wir können die Personalakte schöner machen, indem wir halt bei uns die Gehaltsabrechnungen komplett über Foxbox zustellen zum Beispiel. Dass wir die letzte Meile quasi das Papier abschaffen. Wir können den Kunden, die heute zum Beispiel E-Defact schon rausgeben, ermöglichen, dass sie die letzte Meile zu den Leuten, die halt keine E-Defact-Infrastruktur haben, sagen, wir können die Rechnung zustellen, den Endkunden sofort archivieren und dann können sie ihre Prozesse wieder übernehmen. Gerade an dem Punkt, wir haben einen Kunden, der macht E-Defact heute schon und ist auf uns zugekommen und sagt, er druckt jeden Tag 3000 Blatt immer noch aus, weil er halt Leute hat, die sagen, ich will Papier haben. Und wenn man ihm dann sagt, ich will PDF haben, dann sagt er, ja, dann hebt es aber bitte für mich auch noch auf. Und dann sagt der Kunde, ich will aber nicht zehn Jahre dafür verantwortlich sein. Also können wir halt, wir können das Fach von hinten bestellen und können dann sagen, hier ist der Prozess wirklich durchgängig da. Wenn wir das jetzt noch intelligent mit Zugpferd oder sonstigen Formaten bewähren, könnte ich dem Kunden auch noch eine Datei liefern, dass er direkt auf den Knopf drückt und bezahlen geht. Also da gehen wir schon auch hin. Es ist ja so, dass wir oft, das haben wahrscheinlich alle schon erlebt, zu einem Mittelständler kommen, der bisher seine Rechner im Keller betreibt, im Keller, der mit einer ganz normalen Türe abgeschlossen ist und der nun von uns eine sehr, sehr hohe Sicherheit erwartet. Er selbst kann in seinem eigenen Rechenzentrum, aber Hallo? Okay, ist noch da. Er selbst kann in seinem Rechenzentrum, Rechenzentrum in Anführungsstrichlichen, diese Sicherheit aber überhaupt nicht bieten. Weder den Zugriffsschutz, den Zugangsschutz noch sonst irgendetwas. Und das ist eigentlich ein Grund, der dafür spricht, solche Dinge professionell zu betreiben. Und das kann man natürlich besser dann tun, wenn man das auf mehrere Kunden verteilen kann. Das ist eigentlich der Grund, warum wir mit vielen Lösungen in der Cloud auch gute Angebote machen. Aber die Kunden haben halt teilweise bauchgesteuerte Vorbehalte, die sich durch Fakten schwer untermauern lassen. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Der Präsenter hat noch gerade nicht gebrummt. Wir haben also noch ein paar Minütchen Zeit. Wenn noch irgendwelche Dinge sind, stehen wir gern zur Verfügung. Ansonsten schönen Dank und auf Wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.